So, jetzt bin ich bei Boxlon vor Viöl, meine alte Heimat, und hier stehen noch die alten Mekan-Anlagen. Da war schon ein bisschen Rost angesetzt, aber sie drehen sich noch. Die Rost sind nicht ganz am Turm so doll. Da stehen schon Repower. Einmal mit einem Rost. ZEGEN! 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 Vielen Dank.